Gegen Raichu wäre natürlich Kaifel toll, aber dann hast du Bluebella als Gegner. Hm, vieles ordentlich. Gegen Bluebella wäre natürlich... ...Mantags für den Flug hier, aber dann hast du Bluebella und Raichu als Gegner. Also musst du versuchen mit Damierplex und Znibel Bluebella zu erledigen, und dann... ...keine Ahnung, das wäre so, mein gedacht, ja. Okay. Hm, Eissturm auf Pflanze? Müsst doch eigentlich, oder... ...hatten wir eben schon. Eben, wir müssen Müsse auf Pflanze Wasser. Es macht schon Schaden, aber es ist halt Eissturm, ne? Wir haben schon gelernt, dass die nicht allzu viel Schaden machen, insgesamt. Weil Znibel irgendwie Spezialangriff von Minus 5 hat oder so. Guck mal, das ist der Blick. Und zum Feuer. Ja genau, in der ersten Runde. Warum auch nicht? Ähhhhh... ...ein Raichu caught Herzen. Ja, irgendwie. Och jaaaa! Auch Znibel, auch Znibel. Wurzel... ...kul- ...nein Wurzel... ...ich. Und ich war so... Ja, ich war jetzt sicher... ...ein Wurzel... ...und ich bin... ...und du... ...und du... ...und ich bin ... ...und du und ich bin... ...und du nicht? Was? Ich weiß, dass die Attacke auch mir böse war, aber ich weiß nicht, was du tast. Ihr verwirrt, oder? Ja, die verwirrt. Ja! Und? Gibt ein Rain, natürlich. Hm... Die ersten Lieblingsung glaube ich stark, ich würd's rausschmeißen. Warum? Weil... ...Megasaurer und so weit, und verliebt, und ganz ist. Und verwirrt. Unparalyseert. Unparalyseert das auch. Against all odds. Und da hast du noch den Volltreiber gerandet gerade, also... Ja. Ey! Ein bisschen, ja. Aber wirklich. Die Chance, irgendwie Liebe und so, da rauszugehen, ist glaube ich... Wahrscheinlich ist sie halb halb, oder irgendwie hab ich das Gefühl, dass es 99 zu 1 ist. Ähm... Dann... Verwirren ist auch nochmal so ne... ...Prozent-Chance, und... ...und... ...ja, das war gar nicht so hoch, dass du jetzt das noch mit Volltreffer beendest. Hm? Keifel? Denk ich mal. Äh... Wenn du Bähler raus bist... Keifel. Dann Keifel. Wenn damit nichts trifft. Okay. Das kann das von alleine. Ja. Ja. Muss wissen. Das wird nicht passiert. Ja. Mir auch nicht übrigens, aber es kann sowas, ja. Pfff... Gänster, oder? Und so. Mhm. Schaufler, Raichu. Naja. Und auch Raichu, ja, ne? Äh... Weil Psycho-Geist. Ja. Ist er eh ohne Meta. Eben. Oh mein Gott. I don't care. Amp. Der hat Gesichtsausdruck. Hm. Oh, mach mal das Ganze. Geht noch verwirrter? Ja. Hm? Geht's noch verwirrter? Klar. Es geht... Verwirrter geht immer. Okay. Einfach... Stell dir mal vor, du bist über zwölf Stufen verwirrt. Das wäre unschön, ja. Was ist dann... Verwachen zwölften Grades? Vielleicht hätte ich mir auch einen Kopf unter mir. Was meint dieser Engel bei Bitterkurs eigentlich? Ich... Es... Engels aus einem Sinn. Ist der Engel das zart oder Schokolade? Ja, ohne das zart. Und ohne die Schokolade. Lala. Ja. Die sind verdreht zum Eingraben. Das ist so toll. Kann ich während Schaufler heilen? Ja, eigentlich schon, ne? Äh... Wegen der eigenen... Also wenn du von Damienblitz ausgehst, kann das auch heilen, ja. Und sonst halt auch nicht, weil dem sein Zug ja verbraucht ist. Na ja, klar. Und... Keifer meinte ich. Na ja, klar. Ja. Äh... Äh... Ja, super muss wohl reichen. Da hab ich nur was Größeres da. Und das Wasser ist ja auch nur 50, ne? Äh... Ja, das ist genau die Größe, die so ein Kumomilch brauchen könnte, aber... Okay. Das wissen was vielen, ne? Ja. Aber ich finde es schön, dass du die Kumomilch findest du ja hier im Spiel noch nicht so bescheid. Hm... Hm... Diamanten, halt Platinen, kann man die sich immer zum Dutzend kaufen. Auf irgendeiner Route, wo du erst mal fünf Minuten hinrennen musst. Plumm... Wof... Was? Ja... Plummwof... Ja, oder schmeiß ich Kahl für gleich mal ein bisschen was oder nehm ich's raus. Ja, ne? Aber ich gucke, dass ich Knolllölf ganz schnell fertig bekomme. Ja, ich glaub eher letzteres. Knolllölf hast du noch... Also... Ich hab's schon wieder vergessen. Lebt? Und... Ja, Knolllölf lebt nur. Dann hol Knolllölf raus, weil Knolllölf immer noch ein Knolllölf bruche, ne? Oder... Im schlimmsten Fall normal, Psycho, aber immerhin normal. Das ist auf Knolllölf oder auf Knolllölf, ne? Du wolltest Knolllölf loswerden, also... Und zwar. Okay, hör's nur. Wie schnapp das Kapoera. Ah aaa! Müsste ich denn eigentliche ingeifflissenes bodenloses säen konnen wenn ich immer äh Ja! Zweitens통stand slash Knolllölf? Bist du die L�amosch? Danke, bzw. Dammelkstaby Ach ja! Can't stop us. Gut. Gut. Wir haben eigentlich auch zu erwarten. Ja. Attacks? Ech. Klar. Macht Schaden, also raus damit. Wei... was? Ja, dieses Kampfknuddel-Luff ist doch nicht mehr schön. Mhm. Na, noch mal aufhören. Einfach gek? Ist der eigentlich? Weißt du? Ja, das ist nicht die einzige Kampfattacke, die du so hast. Ja. Dieser Scanner hat noch keinen Sinn. Und... Einfach reinhauen. Einfach reinhauen. Ja. Weil es noch nicht schön genug war. Mhm. Effektiv. Das war doch das wichtigste, oder? Ja, doch. So, kommt da noch was? Ja, klar kommt da noch was. Alles fehlt ja auch. Ach, hier hat der Zirko... Das ist mal drin. Ja, Krypto. Ich weiß. Ach, hier hat der aktuellen Versuch gemacht sich voll Sinn. Unglaublich, ja. Na, erst ein Traumvogel aus dem Weg räumen. Was hab ich da aktuell? Schwierig. Wird schon irgendwie, ne? Ja, komm mal. Prast. Eben. Wird schon los. Oh, schön. Weniger schön. Ah, Kiri. Wie ein bisschen, ne? Ah, komm Kalfel. Ja, ja, los. Und dann hab ich's durch. Spannenden Unst tavalla. Pfff, das sollte gut gehen, oder? Wie là? We mandieren. Ja, praktisch ist... Wir können aber, glaube ich, auch sogar einen Wasserpumpen machen, aber egal. Einfach drauf. Boah. Okay. Das ist jetzt aber wirklich Glück bis zum Gehtnichtmehr. Ja, da kommen wir jetzt definitiv einen großen Trank rein. Ach ja, Sio. So. Komm, frau dich selbst, danke. Pff, ich muss gar nichts machen, das besiegst du von selber. Aha. Wenn es doch nur immer so leicht wäre. So, nochmal scharf, da ist zu riskant. Lass mal Traumverklöte weg wollen. Eben. Genau wegen sowas. Ja. Oh. Mhm. Mhm. Naja, immerhin. So knapp. Das wäre jetzt gut, oder? Ach, richtig. Verliebt, ja. Ja. Ich finde, sie würden mir eigentlich nur die Perlen eingezogen werden vom Pokéball. So. Heilen, ja, heilen. So. Heilen, ja, heilen. So. Man macht nicht viel Schaden, aber... ...müsste eigentlich verwirrt. Ja. Nehm ich denn mal das Jahr? Mhm, das kannst du genau das Jahr nehmen. Hm, auch gut. Ja. Ja, das hat noch ein bisschen. Ja. Na ja. Oh, Blutsauber. Das ist neu. Unglaublich schwache Käfer-Attacke. Was macht denn das? Spezialverteidigung oder so, ne? Noch da? Ja, ich bin noch da. So ist nicht. Was soll ich jetzt so groß sagen? Du versuchst, was Zielkühle zu schwächen irgendwie? Die Nerven jetzt nicht umbringt? Mhm. Naja, nicht ganz selbst umbringen, ne? Aber eben so viel wie möglich. Ich hoffe mal, das war nicht zu viel. Schön. Nö. Sehr schön. Ja. Du wirst es ja wahrscheinlich haben. Ja. Kann ich gar nicht verstehen. Und ja. in den Parkhof. So. Hoffen, hoffen, hoffen. Aber wahrscheinlich eher weniger. Weil es nicht schläft und so weiter. Und ich werde gefressen und nicht brennt. Ja. Mein Held. Wo viele hast du? Hab ich da noch ne Chance für? Müsste ich ja eigentlich hoffentlich. Kann ich dir grad echt nicht sagen. Na gut. Hui, was soll denn das? Ja. Eine weitere Niederlage. Das ertrage ich nicht. Ich spreche wieder ganz alles nach dem Kampf. Hier, nehmt das. Aber dafür erzähle ich niemandem, was hier passiert ist. Verstanden? Da wo mal die Marke. Yay. Ich vergesse ganz einfach, dass wir hier gekämpft haben. Go! So. Und diesen Haken setze ich glaube ich noch ein und danach ist Schluss. Oder? Weil du wirkst auch schon recht schleffig. Tue ich das? Ja, so ganz leicht. Ist auch so, weil ich jetzt die ganze Zeit schon wieder von diesem Bildschirm bocke. Na ja. Mach du was? Also was? Du hast die rot hart ich ja, ne? Kann ich die ja immer direkt einsetzen? Ja. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Fancy! Miesig gehört! Ja, und damit dann... Tschö! Hm? Nicht? Ne, ich hab das grad der Couset nicht mitgekriegt. Tschö! Damit dann jetzt. Oh, das ist praktisch. Okay. Tschö!